Ein Kontinent südlich von Europa. Fängt mit A an. Gehen wir mal röpeln. Welcher Kontinent könnte das sein, wo Südafrika draufliegt? Ich kann Ihnen einen Tipp geben. Er fängt mit A an. Und der zweite Buchstabe ist F. Afrika. Genau, super. Auf welchem Kontinent? Südpol. Kennen Sie Nachbarländer? Südafrika ist eher grosse Insel. Südafrika, grosse Insel? Ja, klar. Hier haben wir Afrika. Jawohl. Also, wo ist Südafrika? Ich brauche nicht mehr aus Süden. Nordafrika! Nordafrika gibt es aber als Land nicht. Einfach als Region. Nairobi. Nairobi ist die Hauptstadt von? Kenia. Richtig. Ich bin Südafrika. Ja. Brasilien ist auch irgendwo. Australien. Australien. Australien ist auch ein Land. Ägypten. Ägypten. Ägypten, genau. Das ist die Hauptstadt. Das ist Glattzentrum. In Balisele. In der Schweiz. In Balisele. In Balisele. In Balisele. In Balisele. In Balisele. In Balisele. Vielen Dank.